Diese Ente hat ein riesen Secret und das hat bis jetzt keiner bemerkt, denn in Season 9 hat Fortnite diese riesen Ente dem Spiel hinzugefügt. Sie hatte eine Million in HP, man brauchte mehrere Tage um sie zu zerstören und wenn du mir beim Zerstören helfen möchtest, dann lass ein Like da. Sehr gut, denn wir kommen jetzt noch schneller voran, doch es dauert immer noch ein bisschen. Wenn du den Prozess noch schneller machen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und wir sind kurz davor die Ente zu zerstören, das nix.